Moin moin, mein Apparatus hier ist schon zu einer neuen Folge. Ja, was wolltest du sagen? Jetzt habe ich das so gebaut, dass sie das abbauen können, aber nur nicht jetzt bei dem anderen Tisch da zugreifen können. Ok, gut. Jetzt muss ich aus dieser scheiß Höhle wieder rausfinden. Ich hatte nicht dabei, du hast gesagt, dass du das kennst. Nee, das machen wir nicht. Aber ich weiß halt nicht, wo ich herkomme. Auf jeden Fall war der Keith. Der Supermarkt, der wurde auch schon demoliert. Oh. Ja, hier an der rechten Seite die Wand, da wurde Wolle abgebohrt. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das die ganze Zeit machen. Robidus. ETC. Ich glaube, wir werden nur vertrauliche Mitspieler verlassen. Ja, wow. Die waren am Anfang alle vertraulich. Und was passiert? Die bauen jetzt auch die ganze Scheiße ab. Ja. Der eine hat auch gefragt, da war mitmachen, was war. Der hat auch eine Verschwörungstheorie gemacht. Ja, diejenigen sollen einfach ihr komplettes Wort geben. Also wirklich so ein Wort zum Beispiel, um die Wallabilla zu sagen, dass ein türkisches hier schwur. Und wenn man das bricht... Man kann das eigentlich nicht brichen. Hat der Rechte? Ich möchte halt lieber, dass die alle in der Party sind, weil sonst kann man richtig schön Scheiße hier bauen, ohne dass du es mitbekommst. So wie mein Haus mal auf einer Map zersprengt wurde. Ich habe einmal auf der PS4, ne, da kannte ich doch nicht. Das war, ich glaube, vier, fünf, sechs Monate her. So sagt man so am Februar. Nein, so nach Silvester halt. Nach Silvester, sorry. So ungefähr vier Tage später nach Silvester, habe ich Jan eingeladen. Wir haben erstmal so zusammen ein Haus gebaut, weil er keins bauen kann. Junge, okay, da hat einer schon unterirdisch versucht, dich unten durchzukramen. Wo unten durch? Ähm, hier unter dem Einkaufsladen. Ja. Aber ist ja noch nicht. Ich lasse echt bald keinen mehr mitspielen. Wenn die auf meine Web wollen, dann sage ich, ne, ich nicht. Da haben wir Kostenhäuser zu verschenken. Ich sehe das ja jetzt echt nicht mehr ein. Ich habe... Oh fuck, Zombie. Da habe ich mich auch nicht mehr ein. Also das bockt auch nicht mehr voll. War schon gut. Guck mal, die bauen sich sogar durch mein Haus durch. Ne, das ist mir jetzt echt zu viel. Also so werde ich das Projekt auch dann einstellen bald. Ja und da wo jemand hat mir was geschenkt und es wurde geklaut. Hier jemand hat sich durch meine Scheiben durchgegraben. Alles klar, damit werden die nochmal fragen. Ähm... Hier ist nochmal was kaputt gegangen. Hier kommt keiner mehr auf die Welt rauf. Außer ihr beide. Ich werde das Projekt nicht weitermachen für YouTube. Weil... Das kann... Das ist ja jetzt unfair. Und Jan, du kannst die Fresse halten und dich verpissen. Ja... Also... Spasti. Ist einfach so. Tut mir leid. Aber... Wer so über seine Freunde redet, ist einfach ein Arschloch. Ähm... Er redet ja über mich und ohne Grund vor allem. Der beleidigt mich direkt am Anfang. Ich beleidige ihn zurück. Fängt da richtig ein großes Gemaule an. Und bumm... Hey Junge, hier hat sich wieder noch einer durchgefressen. Ich kann dir, wenn du willst ein paar Screenshots schicken. Aber ich glaube, dass du mir schon glaubst halt. Ich bin eh schon... Und ich bin eh jetzt schon wieder in dem... Dorfstadt. Also bei meinem neuen Haus wurde sich durchgekramen. Ja ohne Scheiß. Tut mir leid. Ja aber auf der Xbox. Wenn ich mit denen gespielt habe... Die haben nichts kaputt gemacht. Guck mal... Hier sogar wurde durchgekramen. Jo... Ja... Jo... Ich sehe jetzt gerade schon, da wurde sich durchgekramen. Mal gucken wie viele Minuten wir noch haben, bis die Folge vorbei ist. Noch fünf... Ja... Ist noch ein bisschen... Ja... Hier... Ich mach mir paar Gemälde wieder hin, weil ich wurde... Auch Gemälde kaputt gemacht. Hm? Ich glaube, ich gehe mal kurz alle Häuser durch. Und schau mir das alles genauer an. Boah spinnen, Alter, die spinnen hängen alle am Hotel ab. Ja... Ich... Wann hab ich den... Ich... 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 Ja... Hier ist... Ja... Und wo die leer ist. Jetzt bringen wir das mal zurück und dann suchen wir mal... Oh... Leute, ich hasse diese fucking... Ich hatte da eine Eisenkostung reingelegt und die wurde geflogen. So... So... Und dann springen wir... Ja, du und... Ja, ja, bestimmt Eisen. Ja, Pech... Dann sollte ich dich schlagen oder so... Ist mir doch scheißegal, aber nicht an meiner Map auslassen. Das ist mir doch scheißegal. Mich regt das einfach nur auf. Hier kommt jetzt eh gar keiner mehr auf die Welt. Ich mach das nur noch mit... Shan und dann war es das. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Dann kommt da vielleicht noch mein Cousin, der darf hier mitspielen und mehr war es. Das war es auch nicht. Nur auch Leuten, die ich... 100%ig vertrauen kann. Ich kann schreien. Ich bin grad die Ruhe selbst. Ich schreibe jetzt ein Buch hin und... ...schreibe, das ich... ehm... ...eis Haus repariert habe. Was ist das denn... ...märkig? Aber ich bin da hervorragend. Das ist ja so. Dieses Bauding da, ne? Und das ist ja noch dieses M-Welt. Ja. Habe ich wieder hervorragend. Hm? aber du warst aber auch an tagen und dann wo was passiert ist also so kann man das dann auch nicht sagen ich kann jetzt kann jeder kaputt machen genau überwachungskameras reden die überwachungskameras aufbauen ja ich höre dich du kannst es noch nicht mal verstehen dass er jetzt sauer auf dich ist so wie du den beleidigst also nie tut mir leid ja ich bin warum was meinst du warum ich rausgegangen bin so redet man dafür nicht über einen freund aber das können wir gleich klären wenn die aufnahme vorbei ist gerne ja schon mal bei bvb vielleicht hat er sachen geklaut ja wohl bvb vertraue ich noch ein sie ziemlich viel am meisten ja aber der hat auch für 50 gold ja leute vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein tschau ja 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 ja